da sind die Daten das immer schreit er mich an das geht schon seit Jahren so er muss muss bei Movies er war die Hälfte arbeiten ich bin er auch stets das nächste Jahr aber ich möchte schnacken warum als du darfst das war ja klar die Welt mit zwei Reikers 2 bei der Kiel warum hast du mir das angetan sie wissen hier denken und dort denken ein Wort der Tuchhalle ist ein Lager ist durch die Welt so dass es noch mehr die Box für unsere guten Daten er sei gut zu mehr Teg und wo man bei dem 2 Haltzartige Boxbox und ihr habt ihr das ist uns das Trepp okay nicht vor phoenix Ok Weil das Restrepo sieht einfach nicht aus wie Restrepo, habe ich recht, Fett? Warte mal Ja, sehr schön Was ist passiert? Weißt du, wie du dir den A10 immer platzierst, dass er in Richtung eines Berges fliegt? Der war nicht, bei mir war der nicht drin, der hat sich jetzt wieder verbackt Der war auch in Richtung, der war nicht richtig Mein Gott, ey Fett, warte mal, ich muss kurz Neustadt machen Was ist denn so ein Scheiß, ey? Warte, hier ist... Ne Fett Ja Ich muss kurz Neustadt machen Was? Neustadt, Junge, Alter! Ja, der A10 ist so blau Mein Gott, mach die Scheiße leise Sieht aus Brüllchen die ganze Zeit rum, oder was, Mensch? Ist ja schlimm sowas Boah Fett, ich muss Neustadt, was? Ich muss Neustadt, was? Der A10 ist so laut Gibt's denn nicht, ey Ja, so ist das auch in der Wirklichkeit So eine A10 ist nicht gerade ein Schmusekette, was nur umschnurren ist Ja, aber stell dir mal vor, du würdest den Piloten anfunken So, hey, wir brauchen hier deine Hilfe Was? Wer erlegt? Die Koordinaten, was? Die Koordinaten, was? Ich soll schießen, okay Da hätte ich mal ein Schaftes gewähren nehmen sollen, ne? Wer beschießt soll ich stehen Da wo die sind Ich hab die alle markiert Oh, getroffen! Oh! Das ist witzig, pass auf jetzt, Taki, pass auf jetzt Okay? Ja, ich pass auf Wir ganz genau hin jetzt, wir ganz genau hin höher W- jetzt gern's måler hin Ja, jetzt kurz auf Eck, le right! Was? Warte? Warte? Hä? 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 Wo zur Hölle bin ich? Hahaha! 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 Wo sind die ganz andere Gegend? Kabuja! Was war das denn? Ich... Boom! Wo? Da oben! 120 Millimeter in dein Arsch... Oh! Wir sind beschossen! Ja! Endlich! Boots! Von überall jetzt! Jetzt kommen sie doch noch! Ah! Alter! Ich bin getroffen! Nahrung! Ah! Junge auch eine Story! Die unku! ein Schlaufer und er hat eine Art Art und hier auf dem Weg und auch der Stiftmann an den Laden an die Erdbeer meine Beine ist sehr hinfällig er hat es letztlich letztlich schweiß nicht warum auch gleich gegen die zweiten BRG ich bin einfach runtergefallen Welt auf zu sehen halt Maulwitz Was willst du von mir machen? Es ist da unten. Nein, man hört deine Nase da voll. Man hört deine Nase. Als so ein Geräusch macht in eine Nase. Du meinst das Atmen. Alter, jetzt stirb doch mal. Geh doch. Putz in die Fresse. Oh Mann ey. Oh ja, da ist noch ein Tracer. Wow, holy shit. Ah, ich hab'n Gehörsturz. Warum hast du keinen Aufstupps an, wenn du die Scheiße da benutzt? Weiß ich nicht. Kapuz! Da kommen welche. Oh, durch die Beine, Mann! Oh! Der Tracer ist abgeprallt, Alter! Ja, abgeprallt und ihn dann ins Gesicht geflogen. Der lebt noch. Ja, jetzt war down. Ich hab'n Gehörsturz. Ha! Warum sagst du jetzt? Weil ich Ha! gesagt habe. Hilfe, Soko! Ich hab' mir die Beine gekribbelt. Ich komm' mal rüber! Da liegt der. Da liegt der. Da liegt der, der Gute. Da liegt der. Da ist wieder schnell geschossen. Mit meinem. Oh, wo sie steht! Verdammt! Mit meinem Lormerzer. Bist du das, Archi? Ich liege hier. Kannst aber nicht. Kannst ja nichts machen. Ja, okay. Alles in Ordnung. alles in Ordnung darf schon liegen hast mich jetzt gerade ausgenockt, du hast auch hast du da, ich hab dich ausgenockt, man doch, natürlich, doch, er liegt da, ist Affe wie er da beide steht und guckt, ja dankeschön will ich erst das Ausstellungsstück, oder wie oh Gott, jetzt habt ihr euch beide gegenseitig, oder was? ich hab Fett auch ausgenockt ich hab dich doch auch ausgenockt, wo bist du, du Schweine? eben die haben liegen, Junge ach ja, liegen wir jetzt alle hier? ok, starte mal neu ooooooo ich seh noch, wie der Dake grad fliegt, ey ey, da reaktion, ey platzier mich jetzt gefälligst in der Base, oh Affe ja schön, dreh ich mal um ooo oops das ist start twichin um auch nein und steht auch kann ich mal meine Sachen nehmen ohne dass ich alles in die Luft fliegt er geht gar nicht dort hat er wird er gegen so gut arschloch lassen wir es mal bei der Nacht 100 ooooh Kopfschuss ich bin tot die sind in der Base aus Besuch und es ist ein Knall die nicht ganz schön tief drüben und da es ist aber ich kann ihn ab Stattdor auch gilt alter wir haben die FOP eingenommen Porto muss halt ich schaue es muss uns sehen mal ich hab direkt vollendet vor einem Komarischen und voll Gott hat 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 und Platz jetzt weis mal wie sich das anfühlt Platzen das ist ein sehr guter Platz aus Play heute dürfen wir werden dürfen das Platz macht und vor allem zu betont so war auf August das schluss auf sich nachdem du 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 guckst er von euch aus einem so vorstellen Ich bin der Ehe! 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 Ha! Penisbaum! Was? Es gibt Bäume, die haben so eine Wurzel, die raussteckt und wenn die anhängen sind, dann sieht das so aus, als wenn es ein Penis wäre. Habe ich mit Schnitzel bemerkt, als wir das erste Mal Arma gespielt haben, seitdem heißen die Penisbäume. Hier, guck, hier ist noch eine. Da, Penisbaum. Wo bist du, ey? So ein bisschen Mission Impossible, ey, ist ziemlich riesig hier. Oh, Moment mal. So ein bisschen. So ein bisschen, Moment mal. Oh, Moment mal. So ein bisschen. Also ein bisschen. Ah ha! Yay! Naja! Naja! Haha! Aber ich kann glaube ich, ich muss respawnen! Naja, mit dem Schalter verkauft das nicht so gut! Karte sei Dank! Genau! Karte sei Dank! Drück mal M, dann siehst du die Position von den Scheinen! Du musst respawnen! Ich dachte du kannst nicht respawnen! Ich dachte es auch, aber ich bin respawnen! Lügner! Ja was?! Bleib da, ich will nicht, dass ihr wiederkommt! Arschloch! Ich muss nicht mehr weg, ich muss nicht mehr weg! Spawnkiller, Spawnkiller ey! 1, 5, 7, 8, 7, 8, 7, 5! Wo ist der? Ey, das ist zum Kotzen! Der Spawnpunkt ist falsch gesetzt! Was ist das? Hä? Ah, ich glaube das nicht! Au! Au! Aaaaah! Au! Irgendein Bot schießt hier noch! Ey, jetzt betreibst du noch nicht spät! Ja, was?! So hast du auch mit mir gemacht, du Schwein! Aaaaa, hier sind zwei Sekunden! Heheheh! 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 Heheheheh! Direkt auf voll geschaltet! Das kann man den ganzen Tag machen so! Soku, der steht auf, Männchen. Ihr seid ne Arschloch, ne ehrlich, ey. Was ist das Arschloch? Siehst du mich nicht? Ne, ich geh einfach. Und schau mir darauf jetzt keine Lust mehr. Hier. Auf Wiedersehen. Waaah. Schön hier gesehen. Du Tachinase. Die schlagt den Katzen. Jetzt kriegt der Feuer rein. Au Ja, jetzt geht's los. Allah! Allah Akbar! Wo ist der? Weiß ich nicht. Werde auf jeden Fall auf Soku spawnen. Au, was soll das? Du hast auf einen Brustlosen geschossen, ist das nicht nur klar? Vor allem wird er ja jetzt wieder Darth-Born, das heißt, wir können jetzt eigentlich die ganze Zeit nur auslocken. Ich hab noch gar keine Waffe! Auslocken, na los! Au! Wer ist der Schütte? Ich wollte weglaufen, was soll das? Weglaufen gibt's ja nicht. Dann tu es endlich, tu es! Nun tu es! Aaaaaaah! Ey, ihr schießt auf ne Leiche, Mann! Macht Spaß! Ja! Lachen! Eleven o'clock! Misser Assault! Aua! Ach, Mann! Warte, ich bin auch noch mal drauf! Du suchst mich! Ich hab noch gar nichts! Au, Alter! So, jetzt seid ihr beide mal drauf! Warum? So, dich mag ich nicht und dich mag ich auch nicht! Nein, ich bin aber du hast mich getötet, du hast mich nicht getötet! Ich hab nirgends mal gemacht! Ich hab nirgends mal gemacht! Huch, wie bist du denn jetzt gestorben? Hey! 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 Sorry, hab dich verwechselt! Hey! 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 ... Hey!